Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 30. Juli 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1051 und heute mit den folgenden Themen. HomePod, VOOC, VirtualBox, Huawei P50, C und Satoshi. Ja, ich hoffe, heute schneide ich alles raus, wenn ich mich verplappere. Nicht wie gestern. Dankeschön für die ganzen zahlreichen Mitteilungen. Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, zwei Stunden nach der Veröffentlichung habe ich das Audio-File angepasst. Peinlich, peinlich. Aber ja, wir starten mit HomePods, laut dem Marktforschungsunternehmen. Und ja, es ist wieder soweit. Trokener Sommer und dann kommen halt auch mal Marktforschungsunternehmen. Omdia, die haben berichtet, dass Apple die Absatzzahlen des HomePods in den Staaten im Vergleich zum Quartal der aktuellen Jahreszeit zum vorjährigen um 180 Prozent haben steigen können. Das ist deutlich mehr als das, was Google und Amazon in dem Zeitraum geschafft haben. Liegt aber auch daran, dass Apple vorab nicht so viele HomePods verkauft hat und jetzt natürlich viele und umgekehrt es keine wirklichen neuen Modelle gerade gegeben hat bei den anderen Herstellern. Also alles immer relativiert. Gleich wie die News diesem Sommer immer geht. Hersteller XY hat Apple überholt bei den Smartphones, bla bla bla. Das ist immer so. Kurz vor einem neuen Gerät gelauncht, überholt immer jemand Apple. Und dann schlagen sie wieder zurück. Aber kommen wir zurück zu den Zahlen. Wer es noch ein bisschen detaillierter haben möchte, gerne mal nachlesen. daily.geekdog.ca oder im Podcatcher eures Vertrauens findet ihr den Link dazu zum Nachlesen. VOOC. Das ist die Schnellladetechnik, Schnellladefunktion von Oppo. Und die haben eine neue Version rausgebracht, nämlich Super VOOC. Die, das heisst Oppo, wie aber auch die Schwester oder mittelweilen Schwesterfirma OnePlus streiten sich immer wieder um die schnellste Schnellladetechnik. Einmal hat der die Nase vorn, einmal die. Und umgekehrt, aktuell ist Oppo mit der Nase vorn, aktuell arbeitet man an einem 125 Watt schnellen Konzept, zum, ja eben, das Smartphone oder auch andere Geräte mit Power zu versorgen. Das Wichtigste, das Schwierigste an der ganzen Geschichte ist natürlich den Akku, den ihr so schnell mit Akku vollbuttert, das mit Strom besser gesagt, dass der nicht aufheizt und überhitzt, respektive sogar Schaden hinterlässt an den einzelnen Akkuteilchen. Mit der aktuellen Möglichkeit, Oppo lädt seines Smartphones mit 65 Watt bei der Super VOOC-Technologie, womit, und da ist eben ihre Stärke nach 1500 Ladezyklen einzig und allein nur 20% Verlust von der Kapazität zustande kommt. Also da scheinen sie das Ganze im Griff zu haben. Wer sich das nicht vorstellen kann, mit der Ladetechnik kriegen sie ihre 4500 mAh innerhalb von einer halben Stunde voll. Und das ist natürlich schon eine geniale Geschichte. Oracle hat sich ja vor längerem VirtualBox gekauft. VirtualBox, wenn man das nicht sagt, ist eine Virtualisierungssoftware, mit dem ihr auf eurem Windows oder auf eurem Mac andere Betriebssysteme emulieren könnt. Und andere, also sagen wir mal, ältere macOS-Versionen oder auch neuere, um Tests zu fahren. Aber logischerweise auch Linux-Versionen, Windows-Versionen und so weiter und so fort. Und die ist jetzt in einer neuen Version rausgekommen. Damit kann man sich zum Beispiel auch schon mal Windows 11 anschauen, wenn man dann Lust hat und Zeit hat. Weiter geht's mit Huawei und die haben es jetzt geschafft. Die haben nach mehreren Verschiebungen das P50 und das P50 Pro vorgestellt. Aktuell nur für den chinesischen Markt. Und man munkelt schon länger, dass Huawei dank dem Bann von Amerika langsam die Hardware-Teilchen ausgehen. Es gibt da zwei verschiedene Modelle. Es gibt einen mit dem Qualcomm Snapdragon 888er Prozessor. Da aber nur mit der 4G und nicht dem 5G-Chip. Und es gibt auch eine Kirin 9000er Version, also der eigene Prozessor, den sie haben. Was ist da drin? Alles viel Technik und vor allem die Kamera soll wieder mal ganz toll sein. Optisch schaut es auf jeden Fall sehr schick aus. Mir gefallen die zwei grossen Augen, die da rechts oben rausschauen. All die anderen Specs könnt ihr nachher natürlich bei den Links nachlesen, wenn ihr dazu mehr wissen möchtet. Ob es und wann es in die Schweiz kommt, das wissen wir noch nicht. Deutschland genauso wenig. Apple TV Plus. Da gibt es einen neuen Trailer. Nachdem wir in letzter Zeit viel über Ted Lasso gesprochen haben, kommt bald schon sie. Sie und Schmigadun Singalungs, wenn ich so Longs, wenn ich es auch immer richtig ausgesprochen habe. Vor allem sie war eine Serie, die mich in der ersten Staffel wirklich gepackt hat mit den blinden Menschen in der Zukunft. Und der Trailer verheisst Gutes. Ich freue mich schon auf den Herbst, wenn das dann kommen wird. Das Zweite, dazu muss ich die Trailer noch anschauen, schaut aber witzig und bunt aus irgendwie. Zu guter Letzt gibt es noch eine Hardware-Neuigkeit. Nachdem ich schon ein Smartphone vorgestellt habe, kommt jetzt ein Stand. Und zwar ein iPad Pro Stand oder auch einen normalen iPad Ständer. Der, der aus dem Hause Satashi kommt, schaut interessant aus. 737 Gramm schwer, somit genügend Stabilität sollte er haben, um mit dem iPad umzugehen können. Und man kann sehr flexibel damit arbeiten. Der obere Teil lässt sich um 180 Grad herum bewegen. Der Standfuss um 135 Grad. Somit sollte man deutlich genügend Positionen hinbekommen, um einigermassen damit arbeiten zu können. Was heisst hier einigermassen, um damit gut arbeiten zu können. Ja, das war es mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch hatte. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Episode wieder. In diesem Sinne, ein tolles Wochenende. Und bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.